Mit den Leistungen keine Punkte mehr. 119 zum Video vorm Spiel, vorm Südschlager bei den Bayern am Sonntag um 17.30 Uhr. Kack-Kick gegen VW, ja, weil es war keine gute Leistung und vor allem alles andere als eine Reaktion aus Berlin-Spiel. Wolfsburg ist da Solari Fari aufgetreten, wir auch. Wir haben uns da anstecken lassen, ähnlich wie auch schon in Mainz. Und anhand dieser Leistung konnte man im Leben nicht sehen, dass es hier um alles geht bei uns. Im Leben nicht, das war wieder kein Abstiegskampf. Die Jungs scheinen einfach nicht auf der Höhe zu sein. Immerhin gab es den Last-Minute-Ausgleich. Also voll ins Abschenken tun sie wohl nicht, sonst machst du das 1-1 nicht mehr. Aber was eben auch nervt, es wäre ja optimal gelaufen. Gefühlt zeitgleich fiel das 1-1 für Bielefeld gegen Berlin. Heißt, mit einem Sieg, wenn man echt rangekommen an Berlin, so halt nicht. Wenig reicht für Lob. Und so ist es dann auch bei solchen Spielen. Und wir haben jetzt wieder eine Phase, wie wir es 2018, 2019 hatten, finde ich. Wo, wie gesagt, wenig für Lob gereicht hat direkt. Also Spieler, die einfach ganz normale Grundtugenden bringen. Beispielsweise Tommy hier oder auch ein Dinos. Oder eben auch Spieler, die mal eine Einzelaktion bringen. Wie jetzt zum Beispiel Mio mit dieser Flanke. Werden direkt gelobt, weil es sonst gefühlt nichts zum Loben gibt aktuell. Auch Müller endlich mal ein bisschen Lob erfahren. Bekommen Lob für die Parade vor dem 1-1. Also vor dem möglichen 0-2. Holt das Ding raus und gefühlt danach fällt es 1-1. Auch wenn wir sind, hat das Wort Monstersituation bekommen. Also hoffentlich tut ihm das mal gut für die nächsten Spiele. Was ist los, Sascha? Ja, wir haben ihn abgefeiert. Tun es auch immer noch bestimmt. Fanliebling ist er immer noch irgendwo. Gerade eben auch aus der letzten Saison noch. Die ja Wahnsinn war, wie gesagt. Aber Verletzungen gehabt. Corona-Infektionen gehabt. Und er spielt wie ausgewechselt. Er war noch voll eiskalt gegen Gladbach. Das 3-2 war das perfekte Beispiel. Was ein Kalajic kann. Auch im Vergleich zu anderen Stürmern bei uns vorne. Union auch getroffen. Bielefeld auch getroffen. Das scheint irgendwie weg. Vielleicht ist es tatsächlich der Fitnessstand. Man weiß es ja nicht. Vielleicht sind es wirklich auch irgendwie die Abgangsgerüchte, die es gibt. Oder eben auch generell die Abstiegsgedanken oder sowas. Aber dieser Kalajic aktuell gegen Berlin und Wolfsburg, vor allem die beiden Spiele, waren bodenlos. Da bin ich nicht der Einzige mit der Meinung. Bodenlos. Wir brauchen diesen Aktivposten. Wir brauchen diesen Top-Stürmer vorne drin, der einen Ball bekommt und einen Ball reinmacht direkt so. Der eine Chance hat und eine Chance nutzt. Das sehe ich gerade überhaupt nicht so. Gefühlt jeder Ball irgendwie an ihm vorbei. An jedem Ball geht er halb gar ran. Also keine Ahnung. Ich nehme ihm diese Identifikation im Klub ab. Ist okay. Diese Tränen, wie gesagt, in Berlin habe ich meine Meinung zu. Aber ich nehme es ja ihm ab. Er muss es aber halt auch zeigen. Weil so steht er aktuell für mich nur wegen der Alternativlosigkeit im Sturm, auch in der Startelf. Abgänge schon weg. Ja, klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse. Aber wir sehen aktuell das, was wir fürchten ab dem Sommer. Wir sehen aktuell, wie es ab dem Sommer laufen könnte ohne Mangala, Sosa und ohne Kalajic. Weil Mangala 90 Minuten auf der Bank. Kalajic trabt auf dem Platz vor sich hin. Und Sosa bringt auch nicht so die Leistung. Wobei ich den ja so ein bisschen rausnehmen will. Erstmal im Winter Wechsel abgelehnt. Deswegen, ich glaube, der identifiziert sich auf jeden Fall. Den Winterwechsel abgelehnt. Und jetzt kam eben auch frisch raus, dass er seit Wochen unter Schmerzen spielt scheinbar. Muskuläre Probleme im Schambereich. Er kann im Training scheinbar nicht mal mehr flanken, üben. Muss sich da halt schonen, was das angeht. Und das ist krass. Also ihm liegt was am Verein. Das ist klar. Die andere Seite ist aber für mich auch, dass das nicht der Weg sein kann. Also nur noch mit Schmerzmittelspielen. Das ist halt auch wirklich eine der vielen Dinge, die im Sport halt falsch laufen. Auch da wieder das Wort Alternativlosigkeit. Weil eigentlich muss man den schonen. Direkter Abstieg? Das Ding ist nämlich noch nicht durch. Wir sprechen die ganze Verlegation, aber auch Platz 17 ist nicht durch. Wir müssen uns absolut darauf verlassen, dass Bielefeld weiterhin ihre Nährlagen mitnimmt. Aktuell, sage ich wie es ist, sehe ich für uns mit den Leistungen keine Punkte mehr. Du kommst nach München und Köln. Das sehe ich mit den Leistungen aktuell. Wie gesagt, das kann sich sofort ändern, wenn die Mannschaft andere Leistungen zeigt. Aber aktuell sehe ich keine Punkte mehr. Wir müssen darauf hoffen, dass Bielefeld einfach keinen Sieg mehr hat. Weil selbst wenn die zweimal Unentschieden spielen jetzt gegen Bochum und Leipzig, wären wir wegen dem Torverhältnis aller Voraussicht nach vor denen noch. Deswegen, gerade diese Woche in Sicht auf diesen Spieltag ist das Freitagabendspiel. Bochum-Bielefeld mit das wichtigste Spiel. Fast noch wichtiger als unser eigenes Spiel. Wie gesagt, Platz 17 ist noch absolut drin. Wir könnten uns tatsächlich irgendwo auch glücklich schätzen mit der Relegation. Wobei es ja da natürlich auch scheiße ist, dann in die Relegation reinzugehen, wenn man wochenlang nicht gewonnen hat. Maggert der Fuchs. Ja, der Maggert hat scheinbar noch ein bisschen mehr Hoffnung oder Vertrauen in uns als wir selbst so ein bisschen. Bei Solvier spielen sollte Hertha auch so durch sein. Trotzdem hat er es vernünftig gehalten, nochmal die Bayern anzustacheln, nachdem Mainz-Spiel das ja verloren haben. Dass sie eben uns auch besiegen und uns halt Hertha vom Hals halten. Ich weiß nicht, wo das Vertrauen herkommt, dass sie irgendwie Angst hat, dass sie Bayern gegen uns verlieren könnten am Sonntag. Aber ey, von mir aus. Wir haben hochverdient verloren. 3-1 hochverdient verloren in Mainz. Mainz war sehr, sehr stark. Das hat mir auch ein bisschen zu sehr runtergeredet. Hauptfokussend darauf, dass Bayern so scheiße war. Mainz war auch einfach richtig stark. Das hat dem Quedix mal gar nicht gefallen. Und der weiß schon, was er tut. Dieses Provozierende, der weiß schon, ich glaube trotzdem nicht, dass die Bayern das brauchen. Auch Nagelsmann hat für mich gut reagiert darauf mit diesem Spruch von wegen, er spreche ja auch nicht über die Leistungen der Hertha. Bayern-Situation. Machen wir uns so kurz durch. Wir bleiben bei den Bayern. Nach Mainz gab es noch weitere Kritik. Prasse ja viel aktuell ein. Nagelsmann auch mit Kritik am Team nach dem Mainz-Spiel. Er hätte eine Erklärung, aber die ist nicht für die Medienwelt gedacht. Interessante Aussage auf jeden Fall. Und dann fatzen die Kollegen halt einfach mal nach Ibiza an zwei trainingsfreien Tagen. Können sie schon machen. Zeitpunkt halt ein bisschen fraglich. Wurde begründet mit Team oder akzeptiert als Teambuilding-Maßnahme. Was ich irgendwie auch für ein bisschen Quatsch halte, wenn halt sieben Spieler dann nicht dabei sind bei dieser Teambuilding-Maßnahme. Glaubt aber, wie gesagt, weiterhin, das juckt die Bayern nicht großartig. Im Normalfall, die bekommen am Sonntag ihre Schale überreicht. Hatten jetzt ihre Peinlich-Pleite, das ist das Problem. Die hätten es nochmal einen Spieltag aufschieben müssen bis zu unserem Spiel. Die hätten mal Mainz gewonnen, lieber gegen uns halt die eine Pleite noch geholt. Die hatten jetzt ihre Peinlich-Pleite in Mainz. Die verlieren im Leben nie normalerweise zwei Spiele am Stück. Im Normalfall machen die das am Sonntag. Neue Impulse, weil die brauchen wir. Und damit meine ich explizit keinen Trainerwechsel. Die Mannschaft hat ja bewiesen, dass sie es kann. Wie das Beispiel hier, Gladbach-Augsburg, diese ganze Phase da zu nennen. Seitdem auf einmal Leistungsabfall, der nicht wirklich zu erklären ist. Weil man weiß ja, dass es geht. Gerade auch zu Hause weiß man, dass es geht mit den Fans im Rücken. Brauchen irgendwie eine neue Herangehensweise oder vielleicht eine neue alte Herangehensweise, wenn ich so gerne das Wort Grundtugenden in den Mund nehme. Weil die haben mir auch wieder gefehlt. Einfach so ein bisschen mehr einen auf Berlin machen. Ein bisschen mehr auf Berlin machen. Dreckige Siege mitnehmen. Dreckig im Abstiegskampf spielen. Und dann wirklich 90 Minuten Vollgas geben. In jeden Zweikampf doppelt und dreifach reingehen. Das fehlt irgendwie gerade scheinbar vom Gefühl her. Weil es so kann sich weitergehen. Wie gesagt, auch nicht in der Relegation. Es ist schön, wenn wir uns da rein retten. Aber wenn wir in einer absoluten Scheißphase da reinlaufen. Gegen einen dritten Platz aus dem Weihniger, der Vollgas geben wird. Weil die Chance hat auf Erste Liga. Dann ist das auch wieder nicht optimal. Das Spiel gegen Wolfsburg hat ein bisschen gesagt, hat Einstellungen bewiesen. Weil wir halt das 1-1 noch gemacht haben kurz vor Schluss. Sehe ich ein bisschen anders. Du musst das Spiel zu Hause gewinnen. Ganz einfach. Wie gesagt, der Rest hat auch für dich gespielt. 1-1 Bielefeld, Berlin. Der Heimsieg wäre Pflicht gewesen. Dann wärst du tatsächlich irgendwo an Berlin noch dran. Hast deine Hausaufgaben mal wieder nicht erledigt zu Hause. Im wirklich auch einfachsten Restspiel der Saison. Bayern wird schwerer. Köln wird schwerer. Wolfsburg gegen es um nichts mehr. Die haben auch nicht besonders Fußball gespielt dort. Aber trotzdem holst du halt diesen Heimsieg nicht. Laut Bild wird Rien und Training endlich lauter. Zitat von denen. Mal sehen, ob sich das irgendwie überträgt auf die Mannschaft. Versuchen anzugreifen. Das war Zitat von Materazzo zum Spiel in München. Ist ja klar, du gehst da nicht hin und sagst, ey, wir gewinnen da locker flockig. Aber ein bisschen mehr Schärfe, ein bisschen mehr Motivation, ein bisschen mehr Vollgas würde ich mir auch in solchen Aussagen wünschen. Wie gesagt, in München ist nicht einfach. Aber gerade in München könnte richtig was gehen. Du spielst am Ende des Spieltags. Wenn es gut läuft, verliert Bielefeld in Bochum, Sorum und auch Mainz könnte auch vom Magal angestachelt, wo der gesagt, ey, die Bayern waren so kacke und Mainz könnte sich auch denken, warte mal, wir fahren jetzt nach Berlin. Der sagt, das lag nur an Bayern, dass wir verloren haben. Ne, wir haben einfach geil gekickt. Wir zeigen es ihnen auch auswärts. Macht Mainz zwar nie, vielleicht machen sie es endlich mal und gewinnt auch in Berlin. Also die Konkurrenz holt keine Punkte. Und dann fährst du am Sonntagabend nach München, die trotz allem, wie gesagt, normalerweise machen sie es, aber trotz allem natürlich auch einen Scheiß auf die Saison geben könnten, doof gesagt. Ob die jetzt mit einem Heimsieg ihre Meisterschalenübergabe feiern, kann denen auch egal sein. Die haben sie eh schon 500 Mal gefeiert. Das kann denen so egal sein. Da musst du dann mit Vollgas reingehen. Wenn das passiert und das Spiel wieder für dich läuft, wie letzten Spieltag, dann musst du daraus irgendwie Kapital schlagen und Vollgas geben in München. So, es sind noch sechs Punkte zu holen, zwei Spiele noch zu gehen. Die Sprüche passen nicht mehr von wegen, wir haben noch Spiele, danach kommen noch Punkte. Ne, zwei Saisonspiele plus, wenn du Glück hast, zwei Bonusspiele Relegation. Mehr ist nicht mehr drin in dieser Saison. Mehr passiert hier nicht mehr. Diese Sprüche haben wir halt auch alle schon, wie gesagt, zu oft gehört. Dieses, wir versuchen in München was mitzunehmen, vielleicht punkten wir in München und dann gab es wieder ein 4-1, eine mehr oder minder engagierte Leistung, mal ein 5-0 und hier und da und verlierst du halt wieder. Oder halt, du gehst da mit Vollkaracho rein und erzwingst dir da irgendwas und vermiest den Bayern halt nach 2018 zum zweiten Mal ihre Meisterschalenübergabe. Startelf. Jo, ich würde gerne Veränderungen sehen, Impulse sehen. Ich glaube nicht daran, dass es so aussieht, wie ich es hier euch hier darstelle, aber dafür ist es auch mein Startelf-Tipp so. Einfach ohne viel reden habe ich das Ding mal aufgestellt. Ganz vorgewillt. Kein Kalajcic, kein Mamusch, einmal Impulse, einmal was Neues auch machen. Passiert vermutlich eh nicht, aber so hätte ich mal Bock, das zu sehen. Einfach, ne, hast ja eh nichts zu verlieren. Ganz doof gesagt so. Mit der aktuellen Startelf läuft es ja auch nicht unbedingt. Vielleicht bringen die anderen Leute andere Impulse gegen die Bayern. Mal sehen, ob sich auf der PK und Falk noch was ändert am Kader. Sonst ist erstmal der Fokus hier auch, dass wir einige haben, die auf vier gelben Karten stehen. Sosa, Endo, Mangala und Förster stehen alle auf vier gelben Karten. Dinos und Mamusch auf drei gelben Karten. Das wäre auch noch was möglich bis zum letzten Spieltag, weil, soweit ich es richtig gesehen habe, in dem Artikel zu Dynamo Dresden habe ich es gelesen, der recht aktuell ist, weil die ja auch in die Regulation müssen, zwischen 2. und 3. Liga eben in dem Fall. Sperren werden scheinbar übernommen. Heißt, wenn du am 34. Spieltag die fünfte gelbe Karte bekommst, wird die übernommen ins Hinspiel von der Regulation und du kannst da nicht spielen. So, deswegen mal gucken, ob es fast cleverer wäre, dass Endo und Sosa sich jetzt schon eine holen, damit sie gegen Köln ausfallen und eben Relegation beide Spiele machen können. Ob man es ja dann, ja, keine Ahnung, doch Köln nochmal so wichtig ist und man es ja da auch nochmal aufstellt. Aber ich glaube, die Frage kann man sich nur gedanklich machen, weil du musst die eigentlich aufstellen. Denn es ist eigentlich bei beiden keine Option, die auf die Bank zu setzen in den Spielen. Heimspiel in München. Jo, am Samstag waren auch wieder, waren wir Fans, die besten VfBler im Stadion. Ist einfach so, es war ein richtig, richtig starker Support, trotz eben dieser lahmen Leistung. Im Stadion, glaube ich, wirklich bei einem 2-1-Last-Minute-Treffer nach dem 1-1, nach dem 1-1 auch in Bielefeld. Das Stadion wäre komplett abgerissen worden. Da wurde ja die Mannschaft nochmal richtig, richtig gepusht. Leider hat Antonia das Ding nochmal drüber gejagt. Da war nochmal eine Chance, aber hat nicht sein sollen. Und wie gesagt, wäre auch, glaube ich, nicht arg verdient gewesen, das Ding zu gewinnen. Hab einen Satz aufs Wiedergefunden, den scheinbar ein Kapo getätigt hat während dem Spiel. Die Mannschaft ist mal wieder scheiße und versaut unser Wochenende. Aber wir als Kanjola Kube müssen zeigen, dass wir nicht absteigen wollen. Das ist genau das, was wir aktuell tun. Und auch in München wird es hoffentlich wieder sehr, sehr wild. Das gesamte Auswärtskontingent ist vergriffen, ist ausverkauft. Das heißt, die Blöcke 339 bis 347, 242 bis 246 und auch am Arsch der Welt und total teuer. Aber ist auch noch dabei, Block 328. Ich bin dabei in 339 am Start. Das wird ein Heimspiel in München. Ich tippe mal so auf 7.000, 8.000 Fans. Mal gucken, wie viele es genau am Ende werden. Aber wie gesagt, auch wirklich 3, 4 Bonusblöcke bekommen. Also zu dem normalen Auswärtskontingent, das du in München bekommst, noch ein paar Extrablöcke obendrauf bekommen. Wenn eben der Ansturm kommt. Und der kommt aus Stuttgart. Die Nähe ist ja auch da. Also auf den Rängen werden wir das Spiel gewinnen. Ich glaube, darüber brauchen wir gar nicht debattieren. Auf dem Platz. Naja, auch hier wieder ein Motto. Alle nach München, alle im Trikot. Blindes Hoffen. Ja, wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Habe ich schon sehr oft gelesen im VfB-Zusammenhang. Von Leuten gepostet, Instagram, Twitter und so weiter. Also aufgeben gibt es nicht. Das ist ja auch ganz einfach und ganz klar. Es sind auch 6 Punkte zu holen. 4 Punkte braucht man, um Berlin an Berlin vorbeizuziehen. Sollte Berlin alles verlieren. Wegen Torverhältnissen würde man dann einen Punkt gleich vorbeiziehen an Berlin. Vielleicht endlich da ein anderes Gesicht in München. Vielleicht tatsächlich moralisch wichtig gewesen ist 1 zu 1. Endlich haben wir da getroffen gehabt. Das könnte ich dem 1 zu 1 noch abgewinnen. Vielleicht können sie auch freier aufspielen. Das ist einfach was anderes in München anzutreten. Also jetzt zum Beispiel in diesen direkten Duellen wie Hertha und so weiter. Oder auch Wolfsburg zu Hause. Wo eine richtige Erwartungshaltung da ist, doof gesagt. München ist auch eine gewisse Erwartungshaltung da. Aber München ist immer noch was anderes, finde ich. Morgen gibt es für euch noch ein Video zu den Konstellationen am Spieltag. So Worst Case, Hoffnung und wie es wahrscheinlich ausgehen wird, realitätsnah. Denn wir haben ja auch gehört mittlerweile und gelernt mittlerweile. Relegation kann auch Spaß machen. Zwinker Smiley. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. 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 Amen.